Hey Leute und willkommen in Mikes Edit Suite. Heute zeige ich euch wie ihr zum Beispiel GoPro Material oder Material mit einem Fisheye entzerren könnt. Viele kennen das sicherlich, Material was mit einem Fisheye gedreht wurde ist natürlich verzerrt und so auch natürlich die GoPro Aufnahmen oder Aufnahmen von Action Kameras, da ist es relativ üblich, dass es an den Seiten verzerrt ist. Und das sieht man auch hier zum Beispiel die Linie von dem Gebäude, das ist nicht gerade, sondern das ist so relativ rund und wirkt wie so ein Kreis. Das kommt natürlich durch die Linse und es gibt immer wieder Leute, die das gerne vermeiden möchten, die das entzerren möchten und da gibt es verschiedene Wege, wie man das Ganze machen kann. Nur mal vorweg, es gibt auch die Möglichkeit das in After Effects zu machen oder sowas. Ich zeige euch das Ganze heute auf einem wirklich komplett kostenlosen Weg und zwar in GoPro Studio. GoPro Studio ist eine Schnitt-Convert-Software von GoPro direkt, kann man sich auf der GoPro-Website kostenlos runterladen und damit kann man das halt auch wirklich entfernen und das funktioniert ziemlich gut. Und ich habe hier mal eine Aufnahme reingepackt. Übrigens hier sieht man dann, wenn ich das ein bisschen vorspule, irgendwo sieht man hier Amadei, wie er über diesen Balken hier rüberspringt. Vielen Dank an Amadei für die Aufnahme, checkt ihn auch mal aus. Parcours-Läufer aus Berlin, Urban Amadei, der Channel of YouTube. Und jetzt zeige ich euch, wie man das Ganze macht. Ich habe mir das hier reingeladen in GoPro Studio und dann gibt es hier die Möglichkeit unten auf Advanced Settings zu gehen. Und hier können wir jetzt zum Beispiel Image Size verändern, Frame Rate verändern. Das sind sozusagen die Settings, wie er das exportieren soll, dann auch später. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Source 120 Frames, also so war die Aufnahme, wenn wir das jetzt zum Beispiel auf 25 Frames verändern, dann würde er daraus eine Slow Motion machen. Wenn wir das jetzt auf Source lassen, dann behält er die Geschwindigkeit sozusagen bei. Es sind zwar immer noch 120 Frames, aber es ist keine Zeitlupe in der späteren Aufnahme. Aber hier rum geht es ja gar nicht. Ähm, File Format stellen wir mal auf MOV. Das ist üblicher. Quality stellen wir auf High und hier kommt das richtig Wichtige und zwar Remove Fisheye. Das klicken wir auf An. OK. Und jetzt sehen wir eine krasse Veränderung. Nein sehen wir nicht. Und zwar übernimmt er nicht die Veränderung direkt, sondern erst, wenn wir das exportiert haben. Und wenn wir diese Einstellung jetzt gemacht haben, hier unten können wir auswählen, wo er das hinspeichern soll. Hier mache ich mal den Namen, wie er das speichern soll. Add Clip to Conversion List. Dann ist das hier drin. Und wenn wir jetzt, wir könnten jetzt auch mehrere Clips so bearbeiten, dann könnten wir mehrere solcher Clips hier in diese Liste machen. Und jetzt klicken wir auf Convert All und dann fängt er an das Ganze zu umzurechnen und zu exportieren. Wenn er fertig ist mit dem Konvertieren, dann haben wir das ganz normal auf unserer Explorer Ebene oder Finder Ebene. Und hier ist der Clip, den ich gerade exportiert habe. Das ist der Original Clip. Das ist noch ein Clip, den ich vorhin exportiert hatte, bevor ich das Video aufgenommen habe. Und ich zeige euch das mal einfach in Premiere. Hier kann ich das nämlich switchen. Das ist vorher, das ist nachher. Vorher, nachher. Man muss natürlich dabei bedenken, dass man ein bisschen Qualitätseinbuße hat. Es funktioniert ziemlich gut mit dem D-Fischen, aber die Qualität leidet ein bisschen drunter, gerade in den Rändern. Was eigentlich gar nicht so schlimm ist, weil das Hauptzentrum oder das Hauptmotiv ist ja meistens in der Mitte bei solchen Aufnahmen. Je mittiger das Motiv oder das Objekt, desto weniger Einfluss hat das D-Fischen darauf. Weil das muss man auch bedenken, wenn man jetzt zum Beispiel eine Person filmt und der Kopf ist relativ weit oben, zum Beispiel hier in der Aufnahme, dann wird es natürlich auch mit entzerrt. Und das könnte unter Umständen komisch aussehen. Das muss man natürlich da bedenken. Und wen solche verzerrten Aufnahmen stören, der kann das halt D-Fischen. Und man sieht auch, wenn ich hin und her klicke, natürlich entzerrt er das nicht einfach und macht es gerade, sondern er zoomt sozusagen mehr oder weniger ein bisschen rein. Also hier habt ihr einen direkten Vergleich, wie das aussieht. Wie handhabt ihr das Ganze? Entzerrt ihr eure Aufnahmen oder lasst ihr das? Mögt ihr den Look, also diesen Fisheye-Look, mögt ihr das eher nicht? Welches Programm benutzt ihr? Also ich habe es euch jetzt in GoPro Studio gezeigt, es geht auch in After Effects oder noch anderen Programmen. Postet es gerne unten in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen und auch geholfen. Wenn dem so ist, gebt einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal, da verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Und wer noch mehr zum Thema Filmen lernen möchte, der checkt einem besten die Seite filmenlernen.de aus. Der Name ist Programm und da kann man ziemlich viel lernen. Workshops, Tutorials, Online-Trainings und auch gratis Stuff und alles mögliche gibt es dort zu sehen und zu betrachten und daran Freude zu haben. Ich wünsche euch damit einen schönen Abend und wir sehen uns nächsten Mittwoch mit einem neuen Tutorial wieder. Bis dann.